hey ich bin let's play und ich begrüße euch zur ersten folge von minecraft badwars auf den hypixel.net zusammen mit der torchfresse des jahres okay erst mal verstören wenn man so ein video reinklickt und dann hört man sagen ja zum ersten mal minecraft eine minecraft java edition und noch dazu auf einem neuen server ja und smart badwars derzeit viel spaß auf den hypixel.net servern und deshalb deshalb wird jetzt treasure wars demnächst öfters auf hypixel kommen und nicht mehr auf der hive ich habe ja gesagt das projekt heißt noch immer treasure wars und diese runde dass ein playlist gespeichert die goldskind du rennst doch immer du weiss ja weiß wer der knecht glaubt auch da wärmer im bett pvp oh pvp gott da liegen die goldskind die goldskind gehen wir auf diesen pinken gut wir gehen auf deine mutter ja ich habe noch mal ein diamant boah das hat ein anderer youtuber alter vater ja komm nächste runde dann geht sie in die nächste runde weil ich so schön umsichtbar bin das ist mir auch egal hey die endertronen parken hier nicht dass man sie erst abklicken muss ein träumchen oh ne ich habe den oh ne hilfe hilfe ich helfe jetzt auch mir mal mach was ich ich dreh ja oh ich it's working on vielmann vielmann Ich habe hier keine Blöcke. Ich gebe ein paar Blöcke zu ziehen oder so. Ne, man kann ja nichts trocken. Oh, ich habe drei Blöcke. Oh, ich bin tot. Und der Rote hat jetzt einfach einen wunderbaren Weg zu Hause. Ich weiß nicht, ich hatte vier Tiers. Mann, kommt er? Ja, was war ein... Ja, der hat jetzt vier Tiers. Oh. Boah, der ist so nervig. Mann, jetzt hat er Schärfe. Der Duli kommt. Der kommt. Schön. Danke, vier Tiers. Ja, ja. Hast du Blöcke? Ne, aber ich hole die Blöcke. Komm, dann mal. Back. Back to the home. Oh. Und da hat mich der eine Duli runtergeschlossen. Ich weiß, ich habe es gesehen. It's working hard, feel my team. Ich glaube, ich habe sogar einen Weg gemacht, dass du extra nach Hause gehst. Ne, dass ich runterfliege, weil der ist so kompliziert. Alla frau. Hol du Schärfe. Nein, weiß nicht. Ich kaufe mir... Kürze. Ich kaufe mir Kürze. Okay, dann hol du Kürze. Oh, ja, dann mach ich. Er kommt! Ja, er kommt! Also, der Kaktulli. Ach, komm! Jo, was? Nö, es ist... Es ist... Er hatte keine Feuerkugel. Doch, er hat ja eine geworfenes und bin ich runtergeflogen. Das war ich. Du hast mich umgebracht. Ja, nein, ich wollte ihn treffen. Nur du stand... Nur du standest im Weg. Aha, okay. Ah, ja. Ich bin im Ladebildschirm von Michael. Genau. Ah, klar. Ey, Mann, bist du nicht in diesem Bett gefangen, dass ich dich immer rauslegmusste, was uns verdammt viel Zeit kostet. Du kannst hilf-slash-rejoin machen. Riefen-Server. Ja. Wow, ist das Ding. Ich komme eh wieder in Michael. Ich habe unnötig nicht Windows gedrückt. Knecht. Ey, und jetzt... Ey, mein PC ist so krank. Und... Der braucht drei Jahre, bis du... Ah, ich bin drin. Endlich mal. Wo müssen wir hin? Ah, da. Warte, ich... Feuerball. Wo willst du einen Feuerballen schießen? Ach, ach so, ich dachte, du bist ein Gegner, Digga. Verblüßt einfach so. Ein Knecht. Wie du. Ja, Knecht. Die haben einen Thronen gebaut. Ach, sieh doch. Ey, lass sie nicht. Ah, ja, das habe ich gar nicht gesehen. Nein, das ist ein Gegner. Bist du blöd? Digga, 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 du hast doch einen Gegner. Ich habe gerade auf den Bildschirm geguckt. Wie viel Dreh hattest du? Drei. Ja, wow, hätte sie nicht viel gebraucht. Doch. Nicht viel. Scheiße, schön raus. Schön. Nee, das lasse ich sowas von drin. Ja, wow. Tut mir leid, aber du erschreckst mich, dass dein Gegner ist. Weil ich einen Namen gesehen habe. Mal ganz kurz ein Replay. Wie lost man halt auch sein kann, wenn man das hat. ganz viel jetzt. Bist du noch? Ja, das habe ich gar nicht gesehen. Nein, das ist ein Gegner. Bist du blöd? Geil. Du sagst einem, da kommt ein Gegner. Okay, das war's, wir spielen nicht mehr. Ich habe gesagt, sogar, weißt du, da kommt ein Gegner. Das war ironisch gemeint. Wow, tut mir leid, ich fass nicht immer den Jokes auf. Das war kein Joke. Das war die Wahrheit. Das war ein Joke. Du bist ein Joke. Äh. Ich habe gerade vier Dears mit einem Ding bekommen. Und Lila ist da. Oder? Digga, Lila wollte ich gerade mit einem Feuerball runterschießen. Nur der Pulli ist runtergeflogen. Hab ich gesehen. Da ist so ein richtiger Team. Team. Ich habe fünf Dears. Fünf Dears. Okay, ich spreche nochmal weg. Ja, let's go. Keine Chance mehr. Ja, okay, schade. Oh, ein Langfall. Ich will einen Feuerball. Ich habe einen. Soll ich den geben? Na klar. Du verschwindest. Das war jetzt zu viel. Das war jetzt förmlich zu viel. Da kriegst du sogar das. Ich bin halt so eine soziale, geile Sau. Sau. Hä? Äh? 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 Hä? Wo ist er? Ja, ich habe ihn. Alter, wo ist der Hingang? Wo ist der Hingang? Ey, wir sind halt so Profis. Die denken sich halt alle, die gerade zuschauen. Oh, da kommt ein Purple. Zack. Ja. Feuerball getroffen. Fünf Gold. Äh? Ein Purple kommt nicht. It's working on feel my team. Gehen wir auf Rosa? Ja, warte. Ich habe auch Feuerball getroffen. Ich mache mir noch die Fahrt. Egal. Okay. Oh, ich hab's. Zack. Yes. Und noch ein paar Puppleggies. Hast du schon? Ja. Feuerball. Alles gut. Ich hab sogar einen. Fuck. Ich hab auch Feuerbälle. Also einen Feuerball. Was machst du?! Shhh! Hä?! Hä?! WTF?! Ich wusste gar nicht, was abgeht. Ich hab ein halbes Herz und bedrückt. Ah, ja. Ich bin am Feuer verreckt. Ah, ja. Die Server lag. Hallo? Die Server lag. Ah, jetzt geht's. Ah, jetzt geht's. Das ist das beste Aufgang. Schau ich so aus. Und wir wechseln immer. Ich sag vorher noch. Vor zwei Runden, dass wir das machen. Letzte Runde. Schau. 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 Die Bahn ist frei. Rein, rein. Okay, warte. Ich hab Feuerball. Und TNT. Warte. Warte, noch nicht. Ich hab's. Ich hab's. Ja, du hast mich schon wieder umgebracht. Ich hab glaube ich beide geholt. Schön, du hast doch mich gehabt. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wolle ge... Oh, da kommt der, oder? Oh. Oh, nee, doch nicht. All mir noch eingebildet. Komm mit mir. Erst, ich komm sicher nie. Wähle mir nicht das Gelb zusammen. Ich weiß, aber ich muss mir noch ein paar holen. Und ein paar Pfalle. Ich hab Drenke. Da kommt jemand. Ja. Erg. Unter Druck. Das ist ganz schön. Äh. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du hast den Geist noch. Oder war mir das in der ersten Zeit? Ich geh' keiner fraßen. Okay, ich hab's gedacht. Lang. Das Erd. Acht. Und zumindest wenn jetzt nicht. Aber überall. Ähm. Wir haben 20... Ja. Jonas! Warte. Ey, ich... Brauch die... Schlau. Schlau. Ey, jetzt ham ich wieder alles verloren. Ja, ist nicht gut. Doch, du bist... Äh, der... Hauptschuldige. Du bist an allem schuldig. Du solltest irgendwas heißen. Ich war bei weiß. Ich war bei weiß. Ich war bei weiß. Ich war bei weiß. Ich hab schon... Ich hab ja gesagt... So schnell. Er steigt ja aus dem Fall. Nein! Der hat jetzt zwei Smaragde bekommen. Ah, zwei sind nicht okay. Hä? 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 Da ist ein weißer... wieder der... Und weg ist er. Mit nem Holzschwert hab ich den Hobbs genommen. Ja, das ist nicht schwer. Jetzt wird alles ausgegeben, was geht. Die Aufnahme dauert halt jetzt schon... Grob 40 Minuten. Ist das wirklich? Ja. Aber ich schneide ja wie ein Profi. Meister! Ja, Meister! Dann schneiden sie's. Bist du bei was? Ja. Äh, ne bei Geld. Okay, ich bin nämlich grad bei was. Ich werd sterben. Ich werd sterben. Ich klebe noch. Ist aber nicht so gut. Oh, oh. Oh, ich will. Ich hab auch ihn. Nein, nein! Ja, komm! Was machst du da eigentlich grad? Feigling, renn, renn! Mega, ich hab keinen Feuerball. Bist du zu schwach? Bist du zu schwach? Ja. Ja, wenn ihr das Video seht, dann wird wahrscheinlich schon so ein Minecraft-Mountain-Livestream stattgefunden haben, auf meinem Twitch-Kanal natürlich. Da erscheint jetzt im März so ein Buch und da gibt's im Marketplace eine kostenlose Adventure-Map, wo man den Berg genauer kann. Und ich finde, das ist eine gute Welt als Vorforder für das 1.17-Update. Oh, das war schön. Oh, das war auch wunderschön. Was? Was? Hä? Dahinten ist noch ein Loch. Dahinten ist noch. Ich hasse diese Scheiße. Ich würde sagen, wenn euch diese mega lange Folge Spaß gemacht hat, dann könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen, die Glocke aktivieren, den Kanal kostenlos abonnieren und ja, da ist der Tanzbau mal wieder weg. Ja, wir sehen uns. Habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein! Ciao, ciao! Ciao, ciao!